Hallihallo du lieber Schütze, es freut mich sehr herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Wir schauen uns jetzt gemeinsam in diesem Reading an, was dir der Mai jetzt so bringt, welcher Zyklus beendet werden kann, welcher Zyklus jetzt neu erstrahlen will, um was es so geht und was dich so einfach an Energien auch im Mai erwartet. Wunderschön ist sie jetzt schon, da ist ganz viel Kraft und Power darin. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Und das, was ich ganz stark spüre, ist, dass ein alter Zyklus, der ist jetzt wirklich beendet. Und zwar ging es da um Illusion, aber auch um Isolierung, um auch so eine Gespaltenheit irgendwie, wenn man sich zwischen zwei Welten befindet. Ja, ich habe das jetzt mit den Erklärungen auch immer wieder mit den Brücken, wo du am 28.05. und jeden 28. im Monat dabei sein kannst, über meinen Member-Bereich, unten in der Infobox die Daten, kostenfrei ein Live mit mir Zoom, wo wir uns, wo wir wirklich auch ins Erschaffen gehen miteinander. Aber da habe ich so eine Spaltung wie drinnen. Altes vergeht, damit Neues entsteht. Und damit sich diese Teile miteinander verbinden. Und das haben wir hier. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein, heißt aber auch geführt vom Universum. Und es ist ein Platz für dich da auf dieser Welt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da auch ist. Und zu den Zyklen möchte ich dir was vorlesen von meinen Karten. Ein Zyklus will zu Ende gehen und Freundschaft dich verbinden. Du hast den Mut und Schaffenskraft, um Grenzen zu überwinden. Vertraue auf dem spielerischen Pfad. Im Lernen wird dir hier nicht fad. So darfst du noch ein wenig forschen, doch in dir ruhen. Es gibt im Außen im Moment nicht viel zu tun. So ist die Sehnsucht, in dich selbst zu lenken. Vertraue, das Universum wird dich reich beschenken. Es ist so schön, dass es dich gibt. So wisse, du bist hier unendlich von allem geliebt. Wunder, wunder, wunderschön. Das einfach nur mal so dazu. Du bist nicht allein. Lass dich wieder auf deine Ganzheit ein. Und das, was endet, ist eben dieser gespaltene Zustand. Entweder oder, Altes, Neues. Alte Zyklen, die immer wieder da vielleicht auch noch einen Keil hineinbringen. Altes vergeht. Bei dir geht es stark um die innere Ruhe. Hör deiner Seele daher zu. Sie will dir sagen, ja, du darfst es wagen. Lass alten Ärger von dir ableiten und dich auf eine neue Ära vorbereiten. Lustig, wie die Karten alle zueinander sprechen. Weiß ich zwar, aber es ist geil. Mit Leichtigkeit wird jeder Tag zählen und du alle Unruhen mit Liebe bestehen. Es kommen Verträge, Nachrichten, Verbindungen und Glück. Mach deine Arme auf, schau nicht mehr zurück. Das Alte, es geht, dein Zepter wird groß. Mach dich bereit, bald geht es los. Das ist großartig. Und das, was du zu tun hast, ist einfach mal auch nichts zu tun machen, sondern dich einfach anzunehmen oder diese dualen Zustände auch einfach anzunehmen, so wie sie sind. Und das sieht man tatsächlich auch hier mit den Karten. Das, was du beendest, ist hier jetzt wirklich Schatten und Licht. Also immer dieses Hin- und Herspringen. Mal Chaos, mal Ordnung, mal Traurigkeit, mal Freude. Also immer dieses polare Springen vielleicht irgendwie auch. Auch das zwischen den Nachrichten raus und wieder hinein. Nach draußen gehen, dann wieder hinein. Also introvertiert, extrovertiert, was auch immer. Also wirklich diese Pole, die spüre ich hier ganz stark. Und auch diese Gewichtungen. Es geht auch um Gewichtungen. Da eine Balance drin finden und das passiert jetzt, weil das geht raus. Vielleicht auch immer wieder bei Nachrichten oder bei Botschaften oder sonst was so in eine Leere fallen. Oder wir haben das Vakuum, wir haben den Leerraum auch hier. Das ist aber nur ein Gefallen für dich quasi, um dich in dieser Leere wieder zu finden. Es macht Sinn, aber manchmal ist es in der Situation, fühlt man sich halt sinnlos dabei. Weil es macht Sinn und vor allem kannst du hier diesen Zustand überwinden und tust das auch, weil wir sehen, es geht raus. Also wunderschön. Du hast den Schlüssel jetzt in der Hand. Du bist in der Schöpferkraft hier tatsächlich, hier auch diesen On-Off-Zustand zu durchbrechen und eine alte Zeit, einen Absprung zu wagen aus einer Zeit, die dir einfach jetzt nicht mehr entspricht. Und somit eine große Chance, ein großes Glück, einen Neubeginn, Wachstum, Entwicklung zu wagen, um jetzt die göttlichen Proportionen wieder zu sehen. Und wenn wir jetzt einer Seite, zum Beispiel Schatten, immer wieder viel Gewicht geben, dann verschwimmt die andere Seite, die aber eine andere göttliche Ordnung hat, die jetzt aber wieder den Platz einnimmt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt so ausgedrückt, dass das passt. Und aus der Leere entfaltet sich wieder alles. Das heißt, ein Leerlauf, der gefüllt da war, ist jetzt einfach das, wo du mit deinem Wunschbutt in dir ankommst, dich mit den Zyklen wieder verbindest und weißt, dass jetzt deine Wünsche Raum bekommen, um sich in die Lüfte zu schwingen, um dann manifestiert zu werden hier auf der Erde. Und das ist tatsächlich das, was jetzt hier auch dazu kommt. Die Fruchtbarkeit des Lebens, die Empfängnis der Fruchtbarkeit hier auf Erden, dass du dieser Dualität, dieser Polarität hier einfach dein Herz schenkst, deine Gnade schenkst und den Zyklus wieder annimmst und nicht dagegen ankämpfst. So kommt das irgendwie. Weil das, was ich jetzt hier implementieren will, was jetzt hier hineinkommen will für dich, was jetzt hier stark wird, groß wird für dich, das berudelt, ist tatsächlich der Ausgleich, das Vertrauen hier auf Erde, dieses Gefühl angenommen, angekommen zu sein und mit diesen ganzen Dingen hier verbunden zu sein, auch mit den Zyklen hier verbunden zu sein und das nicht so als Spaltung, es kommt immer wieder die Spaltung zu sehen, dich als groß zu sehen und in Verbindung mit dir zu gehen und mit diesen Zyklen auch Frieden zu schließen, in Verbindung mit den Zyklen gehen, um dich auch als großes Ganzes zu sehen, wunderschön. Wir haben jetzt hier das auf der dunklen Seite der hohe Priesterin, quasi der Turm dieser Umbruch ist, der wird vorangetrieben. Ich glaube auch, dass es jetzt kein schneller Prozess ist, sondern dass das etwas ist, was sich jetzt schon länger bei dir einfach immer weiter nach oben bringt, quasi. Und da habe ich hier drinnen irgendwie so diese, eine Unruhe im Unterbewussten, weil man sich hier nicht geborgen gefühlt hat, weil man sich nicht geschützt, getragen gefühlt hat und jetzt ist hier der Vater und vielleicht ja auch vom Vater, aber irgendwie kriege ich das sogar auch vom Universum irgendwie mit. Also nicht nur von dem Vater selbst oder von der Familienstruktur, sondern wirklich, da haben wir auch das große Ganze geil, Visionär, Dich, Deine Eingebungen folgen, Du-Sein und dass Du Dich vielleicht im Du-Sein, im Dich-Ganz-Fühlen nicht so gehalten, geborgen und richtig gefühlt hast, wie Du es Dir gewünschen hättest. Und dass da noch so ein bisschen die Unruhe drinnen liegt oder dieses Unwohlsein drinnen liegt, auch vielleicht in Bezug auf Mutter Erde und aber auch den Kosmos in einem Ding drin. Ja, das ist so wie Lost in Space irgendwie, man hat sich da vielleicht nicht stark getragen gefühlt, nicht gehalten gefühlt hier auf dieser Erde vielleicht, auch vom Kosmos, wenn der Kosmos, wenn man das männlich sieht, aber ich habe so irgendwie dieses Gefühl, dieses Ummantelnde und die Erde ist das, wo wir draufstehen, also dieses, was uns hält, was uns schützt, ja, irgendwas hat uns da vielleicht nicht Schutz gegeben als Schütze, so bekomme ich das hier rein, ja, das ist etwas, deswegen sind dann die Energien auch so durcheinander, weil hier willst Du ja in Verbindung sein und willst Du ja auch mit diesem Zyklen leben und hast ja auch die Sehnsucht nach Dir, ja, auf der Lichtseite schon, das heißt, Du siehst ja, da ist alles hier und dieses Vertrauen, was Du jetzt bekommst, das alles in Dir zu tragen, dass das was war, aber auch das, was jetzt ist für Dich und in all den Tagen, ja. Wir haben hier Konflikte in Seelenpartnerschaft, in karmischen Geschichten, also auch familiär, aber auch in der Partnerschaft, ja, und jetzt geht es darum zu sagen, okay, ich will das so nicht mehr, ich habe es für mich begriffen, ich will jetzt auch nicht mehr in dieses polare Fahrwasser die ganze Zeit hinein, sondern ich gebe mich den Zyklen hin und weiß, dass hier jetzt auch was Wunderschönes auf mich wartet und ein neues Kapitel auch in der Liebe aufgeschlagen ist, ja, um jetzt meine Wünsche präsent vor mir zu tragen und in die Erfüllung zu finden, in die Erfüllung zu gehen. Wunderwunderwunderschön und das Universum auch als jetzt tragende Kraft und Hilfsmittel und Beistandsstuff, wie sagt man denn, der Angestellten quasi zu sehen, der Dir die eigene Freiheit aus diesen Wunden der alten Zeit nicht nur verspricht, sondern es auch durch deine eigene Weisheit in die Umsetzung bringt, ja, weil hier sind einfach die Schritte als nächster Schritt jetzt deiner Weisheit zu folgen und in dieses, in dieses eigene Licht hineinzugehen, auch mit wunderschönen Blumen, ja, um Dich wieder ganz zu sehen, finde ich großartig, ja, und aus dieser Sinnlosigkeit, die man manchmal bei gewissen Situationen empfindet, Liebe hineinfließen lassen, das Gefühl wieder hineinfließen zu lassen, Liebe für sich zu spüren, ja, um diese Sinnlosigkeit zu erkennen und nicht mehr als Kampf mit der Sinnlosigkeit auf der Erde oder dem Zustand, den man da gefühlt hat, wo man sich alleine gefühlt hat, sondern sich jetzt wieder Kraft seines Willens zu, ähm, na, sagt der Rat der Hohepriesterin, sich dazu entscheiden, nicht mehr in der Unruhe zu stehen, sondern Kraft seines Willens wieder seine Träume zu sehen und sich ganz klar für sich, für seine Liebe, für seine Träume, für sein Leben, für seine eigene Weisheit zu entscheiden und zu erkennen, wie wundervoll in dem Fall Du bist. Bleib positiv, denn jetzt ist es Zeit, Zeit für Liebe und Unendlichkeit. Was in dir nicht weiß, was will es nun wissen? Lass es raus, lass es frei, geh ins Genießen. Dein inneres Kind, es will Luft laufen, frei sein und tun. Es will Luft laufen, ja, okay, es will Luft laufen. Also es will in der Luft laufen, in der freien Luft laufen, es will nicht nur innerlich laufen, sondern geh vielleicht auch hinaus, ja, geh ins Genießen. Was in dir nicht weiß, welcher unbewusste Teil ist da, der eigentlich eh weiß, ja, das will es nun wissen, ja, da ist eine Neugierde da. Dein inneres Kind will laufen, will frei sein, will tun, will genießen. Lass Ängste und Sorgen endlich ruhen. Auch in der Liebe wird das Blatt sich wenden und die Verstrickung endlich enden. Was noch verborgen, das kommt jetzt ans Licht. Vertraue weiter und sorge dich nicht. Wunderschön, das ist nämlich genau das, was wir auch noch tatsächlich schon drinnen gesehen haben in den Karten, ja, ich liebe das. Engel auf Erden und der Stern, der Stern, der du ja bist, weil hier den Stern haben wir auch hier gehabt tatsächlich, jetzt noch einmal. Ein Stern wird leuchten, hell und klar. Das Leben ist begeisternd, schön und wunderbar. Es bringt dir Freude, Leichtigkeit und Glück. Schau mehr nach vorne, nicht zurück. Du bist umgeben von einem mächtigen Schein. Lass Ängste nicht in dein Herz hinein. Im Hier und Jetzt wird dein Weg geschrieben. Achte daher auf fruchtbare Triebe. Du kommst zu weit, aber bitte hör zu. Denn im Wachstum braucht deine Seele Ruh. Ja, das Becken mit dem Ankommen. Nimm Zeit dir, um genau hinzufühlen. Es ist dein Weg, um wieder zu werden. Auf das du dich erkennst, geliebter Engel hier auf Erden. Bis dann. Baba.